Beträgt der anrechnungsfreie Hinzuverdienst für das Jahr 2022 bei vorgezogenen Altersrenten wirklich 6.300 Euro, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee sagte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Also wir haben einen Mandanten, für den haben wir eine Bescheidsprüfung gemacht und im Nachgang zu der Bescheidsprüfung kamen dann nochmal Fragen auf und unser Kunde hat uns heute am 26. Juli 2022 über folgendes informiert. Hallo, ich hatte heute ein Gespräch mit der Knappschaft Bahnsee. Ich wollte wissen, was ich nun als Altersrentner seit dem 01.05.2022 dazu verdienen darf. Mir wurde am Telefon gesagt, genauso viel wie vorher, also im Jahr 6.300 Euro. Ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt unbegrenzt verdienen könnte. Das wurde verneint, da ich ja Altersrentner aufgrund einer Schwerbehinderung sei und unbegrenzt dazu verdienen darf ich erst, wenn ich die echte Altersrentner bin am 01.05.2024. So ungefähr der Sachverhalt. Ich bitte Sie um Info, ob dies seine Richtigkeit hat und können Sie mir das bestätigen. Also, die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten beträgt im Jahr 2022 nicht 6.300 Euro, sondern 46.060 Euro brutto Jahreseinkommen. Und zwar gerechnet wird immer ab Rentenbeginn. Das heißt also in Ihrem Fall, wenn Ihre Rente, Altersrente für schwerbehinderte Menschen am 01.05.2022 beginnt, können Sie bis zum 31.12.2022 anrechnungsfrei an Ihre Rente 46.060 Euro dazu verdienen. Deshalb ist die Aussage des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin der KPS falsch, wenn sie sagt, im Jahr 2022 gibt es eine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro. Im Jahr 2023, da wissen wir es also noch nicht, wie hoch die Hinzuverdienstgrenze ist. Da ist alles offen. Das kann 6.300 Euro sein. Das kann aber auch mehr als 46.060 Euro sein. Je nachdem, was der Gesetzgeber ab September, Oktober entscheidet. Wir wissen es noch nicht. Wenn Sie Ihre Hinzuverdienst, also wenn Sie Ihre Regelaltersrente oder Grenze zum 01.05.2022 erreichen, dann können Sie monatlich so viel dazu verdienen, wie Sie wollen. Da wird nichts mehr an die Altersrente angerechnet. Spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen haben oder ob Sie eventuell erst dann eine Regelaltersrente hätten. Das ist völlig egal. Ab Vollendung, Regelaltersgrenze gibt es keine Einkommensanrechnung, keine Hinzuverdienstanrechnung mehr an die Rente. Deshalb im Kern, erste Aussage ist falsch von der KPS 2022, Hinzuverdienst 46.060 Euro. Zweite Aussage ist richtig, ab Regelaltersgrenze 1.05.2024 können Sie dazu verdienen, wie viel Sie wollen. Da wird nichts mehr angerechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid.com.au. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.